BAM 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 Jetzt geht's auf! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Conan Exiles Auf der Insel Septa, kurz vor der 2. Perch wir sitzen nur auf unserem Thron aber wir werden uns jetzt bereit machen für den Angriff wenn wir meine Männer durchlassen Go away Rudel, Leute die Ohren greifen an Schauen wir mal, da sieht man schon einen Verfall Finde aber gut, so ein Verfall an sich Jetzt wird halt nicht mehr bewohnt und dann verfällt das halt schon langsam Vielleicht kann man sie nach innen zurückziehen und diese mal kaputt, ich gehe ausprobieren Dann möchte ich mal wissen, wo die sind Wie mir scheint Hängte wieder irgendwo fest Hängte wieder irgendwo fest Uah Da ist noch ein zweiter. Schauen wir, ob ich damit... Oh, das ist ja gleich ein Boss. Und das wird noch ein Boss sein. Nein, noch mal ein großer Boss. Oh, das werden uns sehen. Die jungen Krieger sind in die Ohren. Und ich auch nicht. Da hat's was gehnt, Männer. Da hat's was gehnt's. Geiste mal erleben! Zum Torben. Jetzt noch mal rein. Da wird nur 5.000. Du nicht. Nein, 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 nein. Ja, Snowman. Ich krieg nicht nur Heile mehr. Ich muss noch Schaden mit austeilen. Gehen wir bei 1-2 verlieren. Also 1-2 verlieren. 2-3-100. Ich bin jetzt noch mal zu füllen. Wie es mal denkt, ob den schwächsten vorall ist. Halt, der Schwede. Ich bin schon der nächste. Ich bin jetzt noch mal zu schaden. Ich bin jetzt noch ein. Ich bin jetzt noch ein. Das ist das. Ich bin jetzt noch ein. Ich habe einen Supporten, ich habe einen Supporten. Was ist da, was ist da, was ist da. Wo ist denn der Kollege? Ah, der ist schon despawned. Kriege ich seine Rüstung auch wieder nicht mehr, was hat der für eine gehabt. Wir haben eine Teilrüstung. Gut. Wir stellen die um auf die andere. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh. 2 werden noch kommen. Gehen wir mal zurück zur Base. Die Kollege steht noch unbeeindruckt da rum, das ist schon mal gut. Nehmen wir den Kollegen mit. Da ist jetzt Heilung da. Nehmen wir mal einen Schluck. Gut, der Rest geht soweit gut. Du hältst dich wieder hoch, das ist sehr gut. Dann warten wir da jetzt ein bisschen. Das Fleisch brauchen wir nicht. Was hat der verloren? Ein wuchtiges Doppelschwert. Und Reißzahn. Oh, du bringst Vergiftung an den Feind, das hätte ich schon noch gern. 56. Nein, 46 oder 50. Schauen wir mal das. Schauen wir mal, ob das was bringt. Die nächste Welle naht. 22 bis zum Durchdrehen und vergiftet ebenfalls, das ist gut. Dann gehen wir wechseln zwischen Blutung und Vergiftung. Heilen, heilen, heilen. Brauche ich voll, wenn da jetzt wieder zwei oder drei kommen. Gut. Schauen wir mal wieder, wo es sind. Vielleicht können wir es einzeln abfangen, das wäre gut. Entschuldigung. Aber das wäre gut. Es ist egal. Es ist egal. Es ist egal. Es ist egal. Was ist das? Ja, das muss ich angreifen. Ich bin nicht Wegstecker. Toll ich auch so will. Ich bin nicht weg. Ich bin nicht weg. Ich bin nicht weg. Zammelt sich neu. Gut. Puff. So, das Fleisch brauchen wir wiederum wieder nicht. Lassen wir mal was. Trinken wir mal was. Was haben wir für Wissen? Fari episch. Hypoporianische Sklaventreiber episch. Attribut. Nimmer Stärke. Haben wir jetzt nichts. Na. Gut. Jetzt habe ich für die nichts dabei zum Reparieren, glaube ich. Negativ. Na, hilft nichts. Zehn Sekunden kommt der nächste Schwung. Jetzt müssen wir es einzeln erwischen. Das ist am einfachsten. Dann kommt der nächste Schwung. Okay. Mast das mal nicht. Mast das mal wahrscheinlich oben. Da ist einer, den schnappen wir uns gleich, oder Verstärkung gekriegt, nein sind zwei. Da gibt es einen Maupra. Oh, oh. Ich denke, es ist nicht mehr da. Erste ist weg. Da kommt der Nächste schon. Kann ich was sein, dass ich den Dicken hinten anlocken. Oh, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Ha, komm es da, komm es da. Funkschmissen, der Hund, ja, Ding! Das war jetzt weh, das trifft mir erst der Welt. Weh. Unser Basis ist wahrscheinlich gut vor. Ich würde den nächsten Inkludenz fixen. Was ist denn eigentlich mit dir, Junge? Ja, ja, jetzt geht's gut, ja, das mit dir triffst. Ja, ja. Oh, nee. Chaos da, Chaos da, Chaos da. Au. So, ich weiß dann, sei das da gestanden. Gut, den haben wir auch. So, jetzt du noch. Ich habe tatsächlich durchgearbeitet. Da kommt der letzte im Bunde. Jetzt haben wir ein bisschen zuck, 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 zuck. So, ich werde das nicht zuck, zuck. Oh, glaube ich, das ist mal Close. Wir sehen uns gleich gleich. Oh, ich weiß nicht. Oh, das ist gut. Ja wir haben gesehen, war jetzt fast ein bisschen anstrengend am Schluss raus. Aber wir haben gewonnen, ja wir haben gewonnen und das obwohl unsere Truppe noch nicht so Kampfer geprobt ist, wenn man es fertig macht. Ich bin sehr stolz auf euch. Halb 18, 13, 13, 0, weißt du du, der bist, der es bist. Alter Schwede, also die sind schon hart die Programme, also eines wenigstens Machtfragmente verlinken können, haben wir in lauter dreiköpfige Bosse. Und dann verlinken die neben dem Machtfrag. Das ist eine Frechheit. Ich darf schauen, was der Hagel wieder angekriegt hat. Der Uta, die vor der Wand hat es eingerissen. Damit hat es irgendwie so leid um die Bude. Tsch! Tsch! ja mal schauen wie lange es noch steht schade drum wer jammert also sind die gefangenen die noch eine folterbank gelingt naja aber wir haben die Purge überstanden war jetzt auch gar kein Sohe Egg nicht gehen wir noch mal schnell nach Hause ich bin überlastet warum denn jetzt eine Formel Drachenknochen haben wir ohne Ende gekriegt jetzt also was heißt ohne Ende von der Schweife gehen wir raus schmeißen jetzt machen wir die noch schnell der Metall haben wir leider nur haben das ernten wir jetzt nicht nein die Truppe opfern wir jetzt nicht erst einmal sollen alle Level 20 werden und dann opfern wir es dann schmerzt es viel mehr